Wahl 13 auf TV Berlin. In unserer Sendung zur Bundestagswahl ist Peter Brinkmann heute zu Gast in Charlottenburg bei der Bundestagsabgeordneten der Grünen Lisa Paus. Die Berlinerin sitzt bereits seit vier Jahren im Deutschen Bundestag und ist ausgewiesener Haushaltsexpertin. Auch sie beschäftigt das Thema der steigenden Mieten und der Steuergerechtigkeit. Mehr dazu heute Abend im Gespräch mit Peter Brinkmann. Wahl 13. Die Sendung zur Bundestagswahl auf TV Berlin. Immer um 20.15 Uhr. Bis zum nächsten Mal.